So hoffen wir mal die beißt an. Nein! Nein! Oh, sehr geil. Oh, sehr geil. So, Darius Pentaloris bekommt eine Heuschrecke. So, mal gucken ob sich was tut. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schauen. Das weiß ich das Essen. Ich glaube nicht, dass die Hunger hat. Vermutlich weil die Sicht demnächst heut hat denke ich jetzt mal. Schade! Schade! Wie man sieht auch in einer Warnstellung, also das heißt wenn die sich dann so aufstellen, dass man die Eiche in Ruhe lassen soll und dann wird die jetzt auch nicht fressen. Schade, dann machen wir weiter mit. Ja, mit dem Skorpion Androctonus Australis. Auch eine sehr giftige Art, aber witzig beim Fressen. So, für den kleinen Androctonus Australis gibt es mal eine Heuschreck, immer was Neues. Komm! Sehr geil! Ja, ich finde es halt auch richtig geil. Sobald sich das Futtertier bewegt, sticht da drauf zu und das Gift ist wirklich sehr wirksam. Gut, dann würde ich sagen, dann war es eigentlich soweit mit dem Füttern. Wenn ihr mehr sehen wollt, einfach lasst einen Kommentar da. Abonniert mich, wenn ihr wollt. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!